Musik Wir hatten wirklich heute einen ganz tollen Tag hier auf Madeira. Als wir heute Morgen angekommen sind, hat uns unser Fan Ignacio natürlich schon zugewunken vom Hafen aus. Er hatte eine große Tafel für uns vorbereitet und da durften sich dann alle Gäste der Weltreise darauf verewigen. Hallo! Herzlich Willkommen! Moin Moin! Als ich diese Wand heute Morgen gesehen habe, war ich total beeindruckt. Ignacio hat mir zwar schon davon erzählt, aber dass er das nur aus freien Stücken und nur weil er Ida so liebt, finde ich total beeindruckend. Und danach ging es für uns alle auf die verschiedenen Ausflüge. Wir haben uns die tolle Natur von Madeira angesehen. Grüß Madeira! Es war wunderschön hier. Wir haben es richtig genossen, den Tag. Und als wir wieder zurück an Bord waren und es hieß Lein los, da hat für mich eigentlich das eigentliche Highlight des Tages gestartet. Denn wir sind nicht wirklich losgefahren, sondern wir haben noch einmal einen kleinen Stopp eingelegt vor den Toren der Stadt. Und vor der Kulisse haben wir dann ein wunderschönes Feuerwerk zum Auslaufen und zum Abschied von Europa erlebt. Wir hatten sogar Ignacio noch mit an Bord. Der hat Cocktails für uns gemixt. Und den hat dann gerade eben das Wassertaxi abgeholt und wieder nach Hause nach Funtiai geprobt. Also wir hatten wirklich viel Spaß und einen superschönen Abend und wir verabschieden uns jetzt von Europa. Tschüss vom Weltreiseschiff bei Ida Cara.